Jedes Jahr ist es ein kleiner Höhepunkt während des Saisonwechsels. Das Gesamtfoto der grün-weißen Nachwuchsmannschaften, von den jüngsten in der U7 bis zu den ältesten in der U18. Um die grün-weiße Familie zu kompletieren, haben an dem Fotoshooting auch 50 Mitarbeiter, Betreuer, Trainer und Scouts teilgenommen. Heuer haben alle Nachwuchshoffnungen mitgemacht, also waren rund 200 Spieler anwesend, um sich bei einem der letzten Termine im Gerhard-Hannapi-Stadion ablichten zu lassen. Untertitelung des ZDF, 2020